Bad haben wir genossen, das war richtig abkührend, wir sind richtig fit wieder jetzt und wir können wieder was machen. Wir haben heute auch noch ein Nachtkonzert um 23 Uhr, das coole ist, dann haben wir die Sonne auf die Bühne, nicht mehr in eure Gesichter. Da könnt ihr uns auch mal sehen, das ist auch nicht schlecht, jetzt müsst ihr uns nur hören, nur die Leute, die da in Schatten stehen, hallo. Und die Reste, hallo, könnt ihr uns sehen. Sonneblendend, oder? Okay, wir haben jetzt noch ein Abendresert und wir singen mal ein Lied von euch, von einem Krieg. Okay, wir singen mal ein Lied von euch, von einem Lied von euch. Das war's. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018